hey alles klar haben einfach so die Axt durchgebacken Jo Leute, willkommen zu diesem Mal in Folge Ok, ich sprach gerade etwas Minecraft, äh, und zwar Skywars spielen wir hier auf dem GOMHD-Server Ich bin wahrscheinlich gewusst Was? Mehrere Teams? Wann das denn? Darauf habe ich nicht eingelegt und da knapp eine Trug Die hol ich mir, die hol ich mir, ich mir einfach mal alles Kann man alles gut gebrauchen Zumindest das meiste Ah, da hab ich gleich Vollschutz, was hab ich da? Schutz 1, Vollschutz, dann schlussschutz 1, ich ne, mit Goldie Und dann nehme ich einfach immer die Stiefel Und dann wollte ich am Holz okay Dann kann ich mir endlich hier Kleiner vier Sticks machen Und ich weiß nicht, ob der Name ist ja eigentlich scheißegal Eine Werkbank kehren einfach mal eine Böbel Ich hab mal hier Ich hab mal hier So, ich kann euch auch eine Pig-Eggs machen, aber ich glaub schon Wert eigentlich der Moment besser Brauch' ich noch irgendwas Ich könnte eine Eisen-Pig-Eggs machen Am wenigsten hier mal was So, seine Goldbehalte ist einfach mal so Okay, erstmal hier so sortieren Kann ich hier noch drinnen lassen Nein, ich hab noch die Bisten die So, was zu essen Okay, wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt gleich sterbe Ziemlich auch Wo geht sie hoch? Das mir hier hochjumpen wieder Wahrscheinlich kommt der einer von hinten Äh, her ist den komisch, äh, her von hinten Ich lach mich tot Der wird schon Okay Kann man nehmen Muss man aber nicht Wo sind die anderen nennen? Das zu wissen Ah, das ist ich bin ja alleine da Ja, schnell Alter Witte, 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 witte Da, alles klar Das war ja super Ja Ja Okay, also wir sehen uns dann gleich in der nächsten Jo, Leute, willkommen zurück zu einer Minute Skybox Wenn ich nicht gekriegt werde für den Scheiß-Premium-Spieler Ich hoffe mal nicht Und Ja Diesmal auf ne einzelne Runde, weil wir einfach mit einzelner Ah, du Scheiße Einfach besser zurechtkommen So, anders gehts, bleibt bei zwei am besser Bei zwei und drei am nicht bloß im Team Keine Ahnung, ändert doppelt so recht Die dann alles für mich machen Ist halt einfach so, kann man nichts ändern Was soll ich dir schon groß sagen? Ach, brauche ich nicht Ich stehe da und nehme mich das in die Idee So, 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 okay So, okay Erstmal hier zunächst Ich komme hier gar nicht zurecht Die wird gleich wieder als erstes sterben Immer ich Immer wenn ich jetzt abfahre Wie die Fäße nach oben Boah Treppensteuer ist anstrengend Nimm ich einfach mal nimmisch Kann man nehmen? Kann man definitiv nehmen Nimm mich auch mal einfach mit Ah, bräuchte ich gar nicht 2 für 2 ist eigentlich gleich so ziemlich Erfahrungsflächen gut kann ich verzaubern Oder wie andere sagen Enchanten Und die 30 Okay Ach, ich habe ja noch einmal Ach, egal Oh mein, die treffe ich gar nicht Das wäre so bitter Haben wir hier noch was irgendwas? Äh, ne Wo war hier Werkbank? Ist hier eine Werkbank? Hä? Ich sterbe ich wieder als erstes Es wird so dermaßen klar sein Haben wir nicht 3 tun? Dann verpass ich Ah, wer ist da? War so klar Penner Und wir sind wieder in der nächsten Runde Bis gleich Ich wahrscheinlich werde jetzt Bad Wars spielen Einfach mehr Bock finde ich Also Bruder Rage Mod Also bis zur nächsten Runde Ciao Jo, und willkommen zurück Bei einer neuen Runde Bad Wars Wuiiii Ja Bad Wars Yeah Äh, nicht Bad Wars Glaube ich eigentlich Rage Mod Rage Mod Spring Gate spielen wir also Okay, alles klar Kann man machen Muss man aber nicht Wuiiii Wo ist ein anderer Block? Ah Ich bin wie immer super Spügel in 15 Sekunden Es back grad mega in der Lobby Wahrscheinlich wenn wir so viel drin sind Wo weiß ich Scheiß Jump in One Ich schaff sie nochmal 5, 4, 3, 2, 1, 0 Und dann werden sie gespawnt Soll ich einfach jetzt in den Bild Und dann kann ich schon rumlaufen Nee kann ich nicht Kann ich nicht Kann ich gleich wieder in an Um der Ecke gejumpt hier Alter Din 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 Ich fühl mich hier wie so'n alter Wikinger der so'n Dax drum ran die wieder werfen muss So, einfach mal ausgehen hier Ich soll sie nicht la住m Ich hab' auch getötet Oder 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 Hab' ich noch getötet? Scheiße Gut Kann man machen muss man aber nicht wie immer der standart spruch schon bei mir ich könnte immer mit dem bogen gehen und jetzt fließen was mach ich mal nicht das ist ja gegen die regeln ja eigentlich nicht aber egal Leute was soll's es ist egal es ist egal wer war das jetzt dieser perfekte penner kriegt womit gleich mal aus dem Maul hier ach scheiße so wird es ein Dymotanangriff ich bin gleich wieder zurück und wieder da bin ich achte ich mich zweimal gefühlt wohl jetzt als reizungsgesprungen und schworen wenn er um die ecke gejump die nicht die nicht in meine rechte an welcher penner war das du verreckte Kröte du verreckte ich hab auch getötet Opfer weil ich niemals das gilt ich hab den tötet wie oft denn noch alter der ist auch umgeflogen die geprüft darf man ach ich hasse diese scheiße ich hasse ok einfach rumgepackt ich schaue jetzt einfach die nächsten besonnen schwer die um komm doch her du penner ruhig so ist die die Haupttypen nämlich die Handschreiber penner jetzt kommt ja da ruhig bleiben steckend hier bis einer kommt so einfach ist das uah der Fick wer die ist getötet ich war nicht ich war nicht komm doch her komm doch her Blull bewegt sich alles klar haben einfach so die Axt durchgepackt aber die getötete habe ich nicht Ausha wieso kann ich nie einen anderen töten die töten immer mich nur das spackt der ganz schön rumgott wenn ich nicht mehr andere töten kann dieser Glücksbild immer genau da wo ich hinspringen das gibt's aufs Maul hier wenn man wegkommen hier schritt ich bin endlich drauf ich bin eingetötet ja ha 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 mein Rekord ha ha mein Rekord ich bin Rekordmeister hier was der Fick ruhig bleiben so also ich jumpe 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 hin und her ich jumpe 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 hin und her und ich jumpe 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 also keiner kann mich aber jetzt töten jetzt bin ich in top form hä 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 hau ab hau ab keiner ja gut jetzt krache das war es jetzt schon eine schlampe ich hab den nutzeln hält es aus dem maul gibt dir hast du mir den falschen eingelassen oh, das ist ne Wann scheiße, das ist eine, das nur zwei getötet das ist bestimmt gut Admiral Hemden Admiral Hemden die meisten fragen mich, wieso ich so selten scheißer Spieler, ey ich baue dich jetzt weg, ey ich lebe dich jetzt so runter, da oh geil, hab ich getroffen bin ich ein Topfwurm kommt mir da eigentlich in die Ecke einer also mal hier hinterher fliehen Piss dich doch PC cheurs da so klar bought 48 ja tu com na von über Erste, oder Schidio, Schidio, war erste, gewonnen, nein, scheiße. Naja, also das wird eigentlich eine Runde mal hier, äh, Minecraft, wenn es euch gefallen, dann ist das so ein Daumen hoch da. Ich werde jetzt wahrscheinlich den nächsten mit einem GTA 4 Lesplay anfangen, wenn das mit dem Aufnahmen mal hinwirken würde, dann wäre schon schön. Und, naja, dann sag ich mal Tschüss, und müssen jetzt mal, haut rein. Netschur was darf. So? Oh, sockerau. Untertitelung des ZDF, 2020